Ich war beim Champions-League-Finale in Paris. Die Stadt wurde erstmal komplett von allen Fans übernommen. Ich war auch irgendwann mitten in der Liverpooler Fanmeile. Bevor es dann zum Spiel ging, durfte ich noch die Legende Roberto Carlos treffen. Dann ging es ja schon ins Stadion und ich war richtig hyped. Die Atmosphäre war zu krass und beide Teams haben gut Stimmung gemacht. Liverpool hatte das ganze Spiel über so viele Chancen, aber Courtois hat einfach alles gehalten. Dann kam es, wie es kommen musste und Real hat das entscheidende Tor gemacht. Glückwunsch an Real und Dank an die Ehrenleute von Lieferando, die mir das ermöglicht haben.